So, guten Tag, Pokalspiel Nummer 3. Ich weiß zwar nicht, was Fichte gemacht hat. Wir haben gewonnen. Gewonnen? Sehr gut, sehr gut. Das wollten wir doch. Viele haben gesagt, Freilos.JK, wir haben gesehen, Schwafheim, welcome to reality. Hier ist Farnisch-Landesliga. Hier ist Farnisch-Landesliga. Arschlecken. Hier ist Kreisliga. Hier bestimmen wir, was passiert. Ihr habt das gesehen. Geile Nummer, Männer. So, melden wir uns zurück. Wir werden immer antworten, wenn wir am Boden liegen. Wir antworten noch mehr. Ja! Ich bin ja!